Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start, heute gibt es ja keine wirkliche weitere Squadbuilding Challenge, heute nur eine kleine feine Puzzle-SPC, um die wir uns kümmern wollen, UCL-Time ist und zwar eine UCL-Puzzle-SPC, um die wir uns heute kümmern wollen, Fuchsbau heißt sie, ja und nicht nur das, sondern auch eine neue Objective-Geschichte am Start. Man kann sie so wie gestern auch wieder nicht lesen, aber bevor wir rein starten, in das Video, ihr wisst was zu tun ist, Support ist kein Mord, 300 Likes, das gebe ich heute wieder als Ziel raus beim letzten Video, jungs, gestern, als wir ein Boost-Gest gemacht haben, ihr habt es mal richtig rasiert, jungs, über 400 Daumen nach oben, ganz, ganz schnell waren sie da und das wird sich nachher, dass wir das auch heute wieder schaffen können, insofern haut in die Tasten, zerstört diesen Like-Button, jungs, ihr wisst was zu tun ist, nehmt euch kurz die 2 Sekunden Zeit und auch gerne eure Meinung natürlich zu dem Non-Tent-Day sozusagen, kein Content, jungs, rein und runter in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr davon haltet und natürlich, ihr wisst Bescheid, für den Algorithmus auch nicht mehr schlecht, einfach Kommentar zu hinterlassen, ihr wisst Bescheid und wenn ihr generell kein Content mehr verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, hier bekommt ihr die tägliche Dosis, dann gerne auch unten einmal auf kostenfreier Basis, die Glocke einfach aktivieren und uns auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten, sehr, sehr gerne, weiterhelfen. Das hier heute wird ein kleines, feines Video, aber heute Mittag ist schon ein Video online gekommen und zwar haben wir da die Prime Icon Upgrade SBC einmal angegriffen und zwar haben wir das Ganze live gestreamt bei Twitch und den kompletten Stream, habe ich 1 zu 1 hochgeladen für euch auf YouTube, könnt ihr oben rechts auf dem E- oder auch den Kanal einfach finden, ist eins der neuesten Videos, insofern, falls ihr Bock habt, noch mehr Videos zu sehen und auch mal ein langes, beziehungsweise, wo ihr euch zurücklegen könnt, dann schaut euch das sehr, sehr gerne an, dann machen wir die Prime Icon komplett fertig innerhalb von einer Stunde und falls ihr also da so Bock habt, dann, ja, könnt ihr da auf jeden Fall hingehen und das machen. Wir fangen an mit den Zielen und da gucken wir rein und sehen hier Megaduell von gestern, da sieht man es ganz jetzt hier, spiele 7 Squad Battles Partien, erziehen in Squad Battles oder Rivals 8 Tore mit mit, also ist auch hier bei Rivals, ne, spiele einfach 7 Rivals Spiele, dann haben wir gewinne 4 Squad Battles oder Rivals Partien und bereite in Rivals oder Squad Battles einmal 10 Tore vor, ja, also das sind auf jeden Fall die Aufgaben, falls ihr es von gestern noch nicht wisst, was das Ganze ist, 55k Set for Free bekommt ihr da quasi einfach nur parallel zum Spielen, falls ihr so Bock drauf habt und das noch nicht gemacht habt, macht es sehr, sehr gerne. Und dann haben wir hier eine Geschichte am Start, Jungs, man denkt sich erstmal so, hä, was ist hier schon wieder los, warum ist hier keine Beschreibung, 6 Tage verbleibend, aber wenn man reingeht, sieht man Spielerwahl, Spielerwahl und Spielerwahl und da das 0 von 10 ist, 0 von 16 und 0 von 22 ist klar, was das bedeutet und zwar ganz klar, es ist wieder Weekend League Plus Time, Jungs, 6 Tage verbleibend, also für die nächste Weekend League habt ihr hier quasi was zu ergreiten und ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht bei Footband und Co., ich glaube, da ist das Ganze auch noch nicht wirklich drin, weil es auch verbuggt ist, ja, es ist also komplett, also bei den Engländern ist es verbuggt, wie auch hier uns bei uns Deutschen komplett verbuggt, das ganze Ding, man weiß nicht, was los ist bei EA, aber das ist auf jeden Fall der nächste Punkt, Jungs, für euch zu wissen, Weekend League Plus ist back, ist zurück und könnt ihr auf jeden Fall machen, aber bitte nicht wundern, was das hier heißt, HLWL, also da auch eigentlich Weekend League drin, Jungs, Group Reward und ja, das sind die drei extra Playerpicks sozusagen, die da auf jeden Fall am Start sind. So, wir haben irgendwas verkauft, gucken wir mal gerade rein, was das vielleicht ist, aha, einen seltenen Spieler, da kommen wir dann zum nächsten Punkt und das ist die SBC Fuchsbau, Jungs, die kleine UCL-SBC, die werdet ihr jetzt einmal kurz angreifen und zwar haben wir folgende SBC am Start, Jungs, ihr wisst Bescheid, Fuchsbau heißt sie, da gibt es ein seltenes Goldpack zurück, untrainable als Gruppenreward und da heißt es schließt die UEFA Champions League Challenge ab und holt dir einen Bonus. Zwei Tage ist sie verbleibend, wir können darüber diskutieren, ob man sie machen soll oder nicht, ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr sie macht oder eben nicht. Was ich euch empfehlen kann zu dieser Fuchsbau-SBC ist folgendes, da ihr hier immer die Bedingungen seht, liegen maximal sechs, Vereine maximal sieben, Spieler der selben Nationalität-Region mindestens vier, seltene mindestens zehn, UEFA Champions League seltene mindestens einen und Team Chemie mindestens 85 heißt das folgendes, ihr könnt hier natürlich auch mit Bronze seltenen Spielern gehen, ja und da kommt wieder die BPM, die Bronzeback-Methode, um die Ecke und da gucken wir uns das Ganze dann einfach mal an, Bronze selten, niedrig, hoch könnt ihr einstellen oder hoch, niedrig ist komplett egal und dann könnt ihr so Key-Positionen mal durchgehen, Innenverteidiger zum Beispiel, ZMs, Innenverteidiger und so weiter und so fort, wir können mal ihm als Beispiel durchgehen oder ihn und einfach dann abchecken und wirklich dann hingehen und sagen, okay, ganz ehrlich, wenn ich die SPC nicht mache, dann gehe ich halt hin und verkaufe die Spieler, denn ihr seht es hier, die bringen auf jeden Fall gut Coins und die bringen euch auf jeden Fall die 400 Münzen zurück, für das, was ihr das Bronzenpack aufgemacht habt, ihr seht das hier Jungs, das ist kurz nach 19 Uhr und die Spieler gehen schon gut durch die Decke, also das auf jeden Fall mein Tipp für euch, ja, nicht zu teuer, nicht zu gierig werden, was die, was die Coins angeht, ihr wisst, wie das Ganze läuft und gucken, dass sie einfach weggehen und dass er sie verkauft bekommt, auch ihm bieten wir jetzt mal für 600 Münzen einfach mal an, ja, und die Frage ist natürlich, ob ich jetzt die SPC abschließe oder nicht, das ist aber erstmal zweitrangig, denn Jungs, dieses Pack bleibt natürlich zu, bis zur nächsten Promo und da kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt, das wollte ich euch ja eben noch fragen und zwar morgen, der Mittag-Upload, was haltet ihr da vor, Jungs, wenn wir uns einfach mal um die Prediction kümmern und zwar vielleicht zur nächsten Promo, wahrscheinlich ja die Food Birthday Promo am Start und da dachte ich, vielleicht können wir uns da ein bisschen um die Prediction kümmern, ein bisschen über die Promo quatschen, was kann euch erwarten, wie sahen die Promos letztes Jahr etc. aus, falls ihr darauf Bock haben solltet, lasst mich das sehr, sehr gerne, einfach mal in die Kommentare wissen und mit einem Daumen nach oben und dann weiß ich Bescheid, dass ich da auf jeden Fall für morgen mit Sach ein Video ready machen soll und dann werde ich das auf jeden Fall für euch auch machen. So, wir werden die jetzt einfach mal just for fun für ein bisschen was anbieten und für euch heißt es einfach drauf aufzupassen, Vereine maximal 7 nicht zu überschreiten, das ist natürlich gut, um das Ganze verkaufsmäßig am Start zu haben. Durch den Eiken-Ride habe ich tatsächlich jetzt nur noch ein paar goldhäufige Spieler, die ich jetzt eben gekauft habe hier im Verein, mehr habe ich tatsächlich nicht. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt machen, die SPC mit Gold selten, aber dadurch, dass kein Rating am Start ist, könnt ihr auch seltene Silberspieler nehmen oder halt wie gesagt Bronzespieler. Viele werden wahrscheinlich auch auf Silberspieler gehen und da einfach dann gucken, welche Nation ist vielleicht beliebt, welche Main-Liga ist vielleicht beliebt und so weiter und so fort und dann einfach wirklich hingehen und sagen, okay, den check ich jetzt mal ab, vielleicht ist er teuer. Man weiß es ja vorher nicht, Jungs, also auf jeden Fall meine Empfehlung auf Bezug auf diese Puzzle SPC, auch wenn es kein großes Pack ist, es gibt immer irgendwelche Keyspieler, die dann komplett durch die Decke gehen wegen der Footbin-Lösung oder, oder, oder. Hier jetzt zum Beispiel Premier League, auch beliebt, kann man verkaufen. Ist sowieso wegen der Ligen-SPC natürlich ein bisschen teuer. Und Macao, ich weiß es gar nicht, der war glaube ich Untrade, können wir eh nicht verkaufen. Wäre aber auch auf jeden Fall was wert und insofern das auf jeden Fall dazu. Fuchsbau ist da, Jungs, Fuchsbau ist da. Wir werden sie jetzt, glaube ich, erstmal nicht abschließen, oder, ich glaube, wir können sie eigentlich abschließen, Jungs. Wir können sie abschließen und am besten dann mit Untrade-Futter. So, Bronze, selten. Und dann gucken wir mal rein, was wir so haben. Was für eine Teamschmue brauchen wir, Jungs? 85. Ah, ja. Okay, dann gucken wir mal im Tor, Jungs. Da haben wir auf jeden Fall französische Zweite Liga am Start. Ah, hier jetzt nicht so wirklich. Gucken wir mal in die französische Zweite Liga. Und gucken, was wir da am Start haben. Französische Zweite Liga, Innenverteidiger, Bronze, selten. Aha, einen hätten wir schon mal, der selten ist. Und wenn wir jetzt mal Bronze ausstellen, haben wir noch einen weiteren Innenverteidiger? Yes, haben wir. Aber in Anführungsstrichen alles tauschbar. So, Freunde, die SBC ist jetzt ready to go. Ich bin ja mehrfach mit der dritten deutschen Liga gegangen. Zehn selten sind da. Ein Non-Red dürfte benutzen. Guckt, dass, wie gesagt, maximal sieben Vereine nicht überschritten sind. Und dann gehen wir das Ganze kurz gerne mal durch, falls ihr den Namen braucht. Braucht Weiner, Mignolet haben wir dann hier am Start. Unshred, Volkmar und so weiter und so fort. Ihr seht, die sind tauschbar dann auch. Ich mache das Pick jetzt hier für euch. Ich würde es sonst nicht machen, wenn ich das Video nicht machen würde. Insofern, ja, gehen wir das Ganze ab, Jungs. Seltenes Goldpack geht rein in den Shop. Und Fuchsbau damit abgeschlossen. Und ja, seltenes Goldpack. Untrade, zack, ready to go. Und das war es dann heute schon mit dem Content. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Ja, und im Shop sind jetzt hier quasi ready to go. So, die paar Packs, die werden wir dann zur nächsten Promo wieder öffnen. Ein paar Sachen haben sie hier auch schon schön verkauft. Ah, Jungs, ihr seht, es funktioniert. Verkauft die seltenen Spieler, Jungs. Und nicht nur das, auch die Non-Rend natürlich. Ihr habt gesehen, ein Spieler, der nicht selten ist, darf man nutzen. Also, Bronzepack-Methode geht jetzt wieder richtig durch die Decke. Und insofern da auch gerne die Playlisten. Alle mal abchecken, Jungs. Bronzepacks öffnen. Ihr fragt auch immer, welche Bronzepacks dann eigentlich öffnen. Ich sagte euch, die Bronzepacks 400 Münzen, Digga. Die öffnen, Jungs. Und dann quasi Profit für jedes Pack eigentlich machen. Ich hoffe, das Video euch gefallen heute. Auch wenn es ein bisschen kürzer war. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel direkt einen Innenverteidiger Deutschland. Selten. Und ihr seht, es läuft, Jungs. Es läuft. Der Grind geht weiter. Oh, hier haben wir City-Spieler. Let's go. Und insofern kann ich nur sagen, Jungs, es lohnt sich auf jeden Fall. Seid gerne auch morgen wieder am Start. Glocke aktivieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann sehr, sehr gerne morgen wieder zur Prediction. Sofort-Berthday-Promo? Fragezeichen. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020